In Marbach, das hinterste Tal, geht unser Streifzug zu Ende. Schauen Sie die Köpfe, eine herbe Haut, ein weiches Herz. Jeder weiss sich zu wehren, jeder findet sie ranken. Wenn er in einen Maul auftut, dann sagt er etwas, was gesagt sei. Ein Entli-Bucher, was ist das? Ausklingen tut unsere Sendung mit der Feldmusik Mark auf. Sie wird uns unter der Leitung des Sepphoch, den Marsch, frohe Klänge von Fritz Siegfried spinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020